Einen wunderschönen guten Tag liebe Kryptonauten und herzlich willkommen in der Kryptosektion der Formationstäter. Heute ist Donnerstag, der 24. Oktober 2019 und Bitcoin macht, ihr sagt es, zack, in der Spitze über 700 Dollar in gerade mal anderthalb Stunden. Und gestern haben einige Leute auch in den Kommentaren mich gefragt, bist du noch Bitcoin long? Ja klar, und noch verbilligt und all in. Und wer den Sarkasmus in meiner Stimme nicht hört, dem kann ich auch nicht helfen. Denn natürlich, wenn du eine Unterstützung kaufst, hast du einen Stop-Loss. Und wenn der Markt bestimmte Unterstützungen reißt, dann gehst du raus. So, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, es ist nur ein Trade. Ja klar, das wäre besser gewesen, aber hier einfach kaufen und verbilligen und ohne Stop-Loss wäre schlechter gewesen. Als aber die Bewegung losging und wir ausgestoppt wurden, gab es noch eine kleine Gegenbewegung. Die habe ich genutzt, um XRP auf der Short-Seite zu verkaufen. Das heißt auch nochmal hier ganz klare Transparenz. Ich habe eine Short-Position bei XRP. So, jetzt Bitcoin hat, ja, Ausverkauf, Konsolidierung, bärisch aufgelöst. Dieses Bild ist mir bärisch. Wenn man sich den Tagesschart anschaut, dann kann man folgendes sagen. Dann kann man sagen, naja, es gibt hier so eine mögliche unterstützende Linie, so bei 7,1. Und wenn man das FIBO nicht nach System zeichnet, sondern so freundlich vom absoluten Tief, dann könnte man doch sagen, wir sind hier noch an der 61er-Unterstützung. Ja, da ist doch was. Kann schon sein, dass da was ist. Das ist für mich aber gerade überhaupt nicht von Belang, ob da was ist oder nicht. Dafür hat dieser Ausverkauf zu viel Volumen gehabt. Hat zu viel gekostet. Das ist das höchste Volumen, wenn man sich die einzelnen Kryptobörsen anguckt, seit diesem Ausverkauf. Das ist eher Trend bestätigen und zwar dieses Trends. So, heißt das jetzt, nochmal short, nö. Dafür, dass es diese untergeordneten Unterstützungen gibt, dafür, dass es hier diese 7.000 gibt, würde ich hier gar nichts machen. Aber falls, ich sage nicht, dass er das macht, falls der Markt eine Fortsetzung machte in Richtung 7,7. Boah, wenn er jetzt richtig stark sein will in Richtung 7,8. Größere Wahrscheinlichkeit, dass die erste Welle wieder runterkommt. Falls der Markt eine solche Welle macht, größere Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Welle runterkommt. Dann kann man das alles nochmal neu bewerten und sagen, oh, guck doch mal, jetzt ist ja irgendwas Neues entstanden. Das heißt, im Moment und so wie der Chart aussieht und so wie die unterschiedlichen Zeiteinheiten aussehen, sehe ich eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit für Zugung. Sehr unwahrscheinlich. Muss der Markt einen Pullback machen? Nö. Der kann auch einfach bleiben, 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 bleiben und kann daraus aber dann nur im Kleinen den nächsten Schritt machen. Ich würde, wenn er jetzt, weiß ich nicht, ein, zwei Tage bleibt und geht, sehe ich eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass er das Ganze nochmal fortsetzt. Wenn er aber, so wie zum Beispiel hier, fällt, bleibt, 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 bleibt. Wir hatten ja mal so eine Phase, wo dann der Trend immer nur so aus ein, zwei Tagen besteht. So ein Tag Trend, dann wieder zwei Wochen Konsolidierung. Dann wieder ein Tag Trend. Dann kann dieser Ein-Tages-Trend stärker ausfallen. Kommt also auf die Länge der Konsolidierung an, was der Markt machen kann und was der Markt machen will. Wir werden nochmal Ende des Jahres uns das Ganze nochmal angucken müssen. Ich habe euch ja Anfang des Jahres gesagt, also für die erste Jahreshälfte gegebenenfalls bis zum Ende des Jahres Bitcoin zwischen 3.000 und 6.000, maximal 8.000. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, also ich habe ja viel Schälte bekommen und jetzt siehst du es und 50.000, 100.000 und so weiter und so fort. Ja, also wisst ihr was, für vier Monate dieses Jahres hat das nicht gestimmt. Im Moment sieht es nicht so aus, als wäre es nachhaltig. Und deswegen hatte ich euch auch hier gesagt, vielleicht eine gute Zone, um zu sagen, wenn ich eine Schieflage habe, das habe ich euch hier gesagt. Wenn ich eine Schieflage in den Kryptowährungen habe, ist es eine gute Zone, um die Schieflage zu bereinigen. Denn das heißt ganz unabhängig vom Traden, auch wenn es um das mittelfristige Bild geht, ist unsere Kryptonauten-Kommandozentrale. Qualität hat seinen Preis, drei Monate Laufzeit, 99 Euro monatlich, wohlgemerkt. Seid ihr herzlich eingeladen, beizutreten und jeden Morgen in 90 Sekunden die neueste Bitcoin-Analyse zu haben und dann eine ausführliche Analyse plus unsere Live-Trades. Freue mich, wenn ihr mit dabei seid und wenn ihr sagt, eigentlich würde ich das gerne selber machen. Unser Ausbildungspaket, unser Mentor-Programm mit bis Ende des Monats noch 20%. Ich glaube, wir haben noch zwei Plätze für März, bis März, bis zum Seminar. Alle unsere Premium-Produkte kostenlos nutzen, auf das Seminar vorbereitet werden, Seminar besuchen und danach noch die volle Rückgabe-Garantie. Wenn euch das interessiert, Link in der Beschreibung, freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Mein Name ist Hamid Esnachari und wünsche euch einen gelungenen Handelstag.